Dieser Beitrag ist mal für die Führungskräfte im Vertrieb, also für Leute mit Personal und auch Vertriebsverantwortung. Und zwar geht es darum, wie das eigentlich so ist, wenn man Leute einstellt im Vertrieb, die schaffen es dann nicht und man wird die wieder los und was da so alles passiert mit den ganzen Kosten und wie man das vermeiden kann. Darüber möchte ich gerne sprechen und damit herzlich willkommen zu diesem Beitrag. Mein Name ist Dirk Hornschuh, ich bin Geschäftsführer der Hornschuh Consulting und wir helfen Herstellern von technisch komplexen Produkten beim Verkürzen ihrer Sales Cycles und bei der Erhöhung ihrer Abschlussrate. Nun, grundsätzlich ist es so, wenn wir mit Verantwortlichen von Vertriebsorganisationen sprechen und das Thema Umsatzziele, Forecast für nächstes, übernächstes Jahr kommt auf den Tisch, dann heißt es, naja, wenn wir jetzt den Umsatz steigern wollen um, keine Ahnung, 10% oder so, dann müssen wir definitiv neue Leute haben, weil meine Leute laufen hier schon auf Anschlag. Ja, das ist natürlich ein heikles Thema und wir raten auch dringend davon ab, sich neue Leute in den Vertrieb zu holen erstmal, weil es keine gibt, keine guten. Zweitens, wenn man sie kriegt, sind sie verdammt teuer, ja? Und drittens, liegt das Problem oft ganz woanders. Wo liegt das Problem jetzt? Wenn du uns schon länger folgst, dann weißt du, was jetzt kommt. Das Problem liegt in der Performance der Mitarbeiter. Es geht auch nicht darum, dass die vorhandene Vertriebsmannschaft jetzt mehr arbeiten soll, um mehr Umsatz zu kriegen, sondern es geht darum, dass du einfach mal deinen Leuten, ja, dass du mal guckst mit deinen Leuten, wie performen die denn, wo machen wir die Fehler, die wir vermeiden können, um zukünftig die Effizienz hochzudrehen. Beispielsweise nicht mehr alle Projekte zu rocken, sondern zunächst mal die Projekte sauber zu qualifizieren, um nur noch an den Projekten zu arbeiten, wo es auch wirklich Sinn macht. Könnte zum Beispiel auch sein, dass man sagt, ey Kunde, du bist noch nicht so weit, ich mache dir hier ein Budgetangebot und dann sprechen wir uns nächstes Jahr nochmal wieder. Das ist nur ein Beispiel. Man muss sie ja nicht komplett rausschmeißen oder denen die Tür vor der Nase zuschlagen. Und wenn man dann eben seinen Sales-Prozess dann auch mal unter die Lupe nimmt und den sauber strukturiert, wenn man denn einen hat, ja, dann stellt man oft fest, und das ist das, was wir mit unseren Kunden ja machen, dass wir in derselben Arbeitszeit viel, viel mehr Aufträge schaffen, viel, viel mehr Umsatz schaffen, viel, viel mehr, ja, Ergebnisse liefern können und das auch noch zu besseren Preisen als vorher. Und das bedeutet, dein Gedanke, ich brauche für mehr Umsatz mehr Leute, ist grundsätzlich in den allermeisten Fällen, so würde ich sagen, falsch. Jetzt gehen wir mal rein. Du stellst also jemanden ein, hast jemanden gefunden, ob du den jetzt über einen Headhunter rekrutiert hast oder vielleicht kam der auch so auf dich zu, durch eine Stellenausschreibung, ist nicht ganz egal. Ja, ein Headhunter, der nimmt dann auch schon mal richtig lecker fünfstellig Geld für so einen guten Vertriebler. Aber wir nehmen mal an, du hast jetzt einen gefunden, stellst den ein und der neue oder die neue Vertriebsmitarbeiterin performt so, wie es ja in der Regel so ist da draußen, dann passiert folgendes, nur einer von vieren bleibt statistisch gesehen mehr als ein Jahr im Unternehmen. Das heißt, drei von vieren scheitern. Die scheitern, die schaffen es einfach nicht. Und das kennst du sicherlich auch, wenn du mal guckst, so in den letzten zehn Jahren, wen hatten wir da alles hier im Unternehmen und wer ist dann wieder gegangen. Es ist verdammt schwer und da gibt es auch grobe Fehler und die möchte ich ganz gerne ansprechen. Zunächst mal, einen Mitarbeiter einzustellen, den ein halbes Jahr durchs Unternehmen zu fahren, dem irgendwelche Kollegen mitzugeben, die ihm dann zeigen sollen, wie der Laden läuft und wie es im Vertrieb funktioniert. Und nach einem halben Jahr stellt man dann fest, ey, das ist es nicht, raus mit dem. Man trennt sich wieder am Ende der Probezeit oder kurz vor Ende der Probezeit sind mal ganz locker 50.000 Euro weg. Abgesehen davon die ganze Arbeit, abgesehen davon der fehlende Umsatz, den der Kollege eigentlich machen sollte. Also es war alles für die Katze. Ihr habt einen Riesenhaufen Kosten verursacht und sonst nichts. Und ihr steht nach einem halben Jahr wieder da, wo ihr vor einem halben Jahr gestanden seid. Oder vielleicht sogar noch weiter vorher, weil ihr müsst jetzt einen neuen suchen. Das solltet ihr vermeiden, ihr lieben Führungskräfte und Vertriebsverantwortliche. Deswegen sage ich ja, schau erstmal in deine Prozesse und versuch mit deiner vorhandenen Mannschaft einfach eine bessere Performance hinzulegen. Komme ich zur nächsten Frage. Wenn ich da meine Zeit denke, als ich 1994 in den Vertrieb kam, ich kriegte eine grobe Ausbildung, das waren drei, vier Nachmittage von unserem Chemiker, der hat mir dann gezeigt, was ist eine Emulsion und hat mir dann so ein bisschen was von Reinigern gezeigt und so weiter. Und dann hat das ausgereicht. Das war 1994. Also ich kriegte eine ganz, ganz oberflächliche, blöde, billige, technische Ausbildung. Das musste reichen. Und dann hatte ich noch zwei, drei Sitzungen mit meinem Vertriebsleiter. Da haben wir uns dann abends zusammengesetzt, Flasche Bier. Und der hat mir dann erklärt, wie man den Job zu machen hat. Und dann bin ich mit dem mitgefahren die ersten Monate. Und der hat mir gezeigt, wie man verkauft. Er selber hat, ich glaube, 1980 hat er angefangen im Vertrieb. Ich kam 1994 dazu. Ja, also du kannst sehen, da sind schon 14 Jahre dazwischen. Und die Konzepte, die er mal irgendwann, ich habe gar keine Ahnung, wo er sich die angeguckt hat, auf jeden Fall, die er so dann hatte, die hat er mir weitergegeben. Ich war also mit total alten Vertriebskonzepten unterwegs. Auch was die Kommunikation angeht. Heute können wir sagen, wenn du das genauso machst, dann bildest du deine neuen Leute aus mit den alten Hasen, die erfolgreich sind. Gar keine Frage. Die Frage ist aber auch, warum. Aber sie sind mal erfolgreich. Kein Ding. Nur, wie kommen die zu ihren Aufträgen und wie soll der neue Kollege zu seinen Aufträgen kommen? Angenommen, der alte Hase hat halt einen Riesenhaufen Stammkunden und holt nur Aufträge ab. Ja, dann ist das ein Unterschied zu dem, der jetzt in ein neues Gebiet kommt und soll da vor allen Dingen neue Kunden akquirieren. Der alte Hase kann ihm das schon gar nicht mehr beibringen, weil er das vielleicht irgendwann mal gemacht hat. Aber er kann es nicht mehr. Er ist jetzt auch in einer ganz anderen Situation. Er hat sich vielleicht auch eine schöne Mauer um seine Komfortzone gebaut. Der muss nicht mehr akquirieren. Er wartet, bis eine Anfrage kommt beispielsweise. So. Der Neue soll aber akquirieren können. Kann er nicht. Und von wem soll er es lernen? Was ich damit sagen will ist, das ist jetzt nur ein Thema Akquise, aber auch das ganze Führen des Kunden durch den Sales-Prozess wird ganz oft mit alten Konzepten den neuen Leuten beigebracht. Also die neuen Leute lernen alte Konzepte. Das wollte ich sagen. Und dadurch wird dein Vertrieb veraltet sein. Das heißt, du hast keine modernen, neuen Konzepte, wie heute Vertrieb gemacht wird. Und jetzt denk mal gerade nach, wie schwer es heute ist, einen Auftrag zu platzieren im Vergleich zu 2017, 2018, als es noch richtig geknallt hat da draußen. Heute ist das Geld doppelt so teuer, dreimal so teuer wie vor vier Jahren oder vor drei Jahren noch. Das heißt, wenn also heute ein Kunde investiert, in eine Maschine oder in irgendwas, was du anbietest, dann überlegen die da schon ein bisschen länger dran. Und dafür braucht der Vertrieb heute ein ganz anderes Skillset, als noch vor drei, vier Jahren oder vor fünf Jahren. Das Problem ist aber, die meisten Leute da draußen laufen eben mit uralten Vertriebskonzepten rum, weil es keine vernünftige Ausbildung gibt. Und dadurch scheitern auch so viele, vielleicht sehr gute Leute, die man rekrutiert, einstellt und es dann einfach nicht schaffen. Und die tingeln dann von Job zu Job zu Job, weil es überall gleich ist, weil keiner eine vernünftige Sales-Ausbildung kriegt. Wenn du gerne darüber mehr wissen möchtest, auch über das Thema Ausbildung deiner Vertriebsmitarbeiter, wenn die mal eine richtige Ausbildung machen soll, von der Akquise über den gesamten Sales-Prozess bis hin zum After-Sales-Management, dann lass uns miteinander sprechen. Dann geh auf hornschuh-consulting.de, buch dir einen Termin und wir telefonieren miteinander. Und bis dahin wünsche ich dir und deiner Mannschaft maximalen Vertriebserfolg. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.